Heute ist Tag 3 beim E-Mountainbike-Camp in Kaita und jetzt ist erstmal Techniktraining angesagt. Im Moment sind wir gerade beim Vorderrad-Hinterrad anheben, noch im Flachen. Da hinten haben wir auch schon enge Kurvenradien gefahren und jetzt geht es dann weiter Vorderrad-Hinterrad versetzend im Gelände. Und am Nachmittag werden wir das dann alles am Trail ausprobieren. Gesagt, getan und so haben wir dann die Auffahrt auf den Mendelpass über den Trail gewählt. Und im Hintergrund seht ihr wunderbar den Kalterer See. Eigentlich wollten wir an dieser Stelle den Fotografen treffen. Der wollte nämlich ein paar Fotos mit Hintergrund See, aber der hat es nicht geschafft uns zu finden. Und deswegen gibt es jetzt eben hier nur das Video von mir. Trotzdem gibt es natürlich einige Fotos mit See. Schaut gerne mal auf die Internetseite von der Veranstaltung. Heute geht es auf die Altenburg. Wir sind gerade beim Hochrad und jetzt wird Fotostopp gemacht, weil gute Aussicht auf den See ist. Der Guide macht... Was machst du da? Funktioniert. Wir sind home Today. Schnappfen-Best! Bspf! Bspf! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sehr schön! ZDF, 2020 Ja, das war's dann auch schon vom E-Bike. Das war's dann auch schon vom E-Bike. Das war's dann auch schon vom E-Bike-Festival. Das war's dann auch schon vom E-Bike.